Musik Hier auf unserem Hofbakegarden, Lingbigard, betreiben wir einen traditionellen Pflanzenbau mit Getreide, Raps, Erbsen und Grassamen. Wir betreiben etwa 370 Hektar. Letztes Jahr haben wir in eine neue Getreideanlage investiert, hier auf unserer Landwirtschaft mit Silos und Trockner und wir haben in diesem Zusammenhang Dernkorn gewählt. Wir haben drei Silos mit je 1000 Tonnen und einen Sukup Mobiltrockner gekauft. Bevor wir uns für einen Geschäftspartner entschlossen haben, haben wir selbstverständlich den Markt für Silos und Mobiltrockner untersucht. Schließlich haben wir Dernkorn gewählt. Wir waren der Meinung, dass Dernkorn diese Aufgabe lösen konnte. Wir haben den Auftrag als ein Generalunternehmen bestellt und Dernkorn hat somit den ganzen Bau erstellt, uns mit Bauanträgen geholfen und so weiter. Die Anlage ist jetzt seit zwei Jahren in Betrieb und wir sind ganz begeistert. Letztes Jahr mussten wir lernen, die Anlage korrekt zu betreiben und dieses Jahr hat die Anlage perfekt funktioniert. Wir haben jetzt auch gelernt, die Anlage korrekt zu bedienen und haben viel Erfolg mit der Anlage gehabt. Wir sind von der Anlage ganz begeistert und würden nichts ändern, wenn wir die Möglichkeit hätten. Wir sind besonders froh, dass wir die gestrichenen Silos gewählt haben. Sie passen genau in die Umgebung, obwohl groß. Wir haben viele positive Reaktionen erhalten.